Ja, Mann, jetzt geht's los. Hey, warst du schön die Nummer noch schön. Komm her. Ähm, ja. Hey, 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 höh, höh, höh. Hey, höh, 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 höh. Grüß dich. Oh, das ist schon bei mir. Das ist jetzt einfach. Geht's los? Der ballert man schon nicht so höher. Wow, fucker, das hast du von Leichenberg auch gesagt, wirklich hier? Ja, das war ich. Gehen wir nach rechts, was der die Ruhrtreppen aufhört. Ja. Kommt schon, ihr Schweine, die rollt einfach hoch. Und was geht's bei dir, der Schweinebrüster? Warte. Komm, jetzt mal aufs Hitz. Da oben, ich glaube ich, gell? Das ist egal. Wenn ich hier in einer Rüsten muss, geht nach einer Rüsten. Da hinten, da wo du hingehst, müssen wir. Fucker. Bla, da ist dort. Nein, da hinten müssen wir jetzt, da weiß ich es. Da wo das Gitter herunter ist. Ah, das bist du, Micha. Danke. Ist das ein Vetter? Ja. Der kommt nicht durch, glaube ich. Oder durch? Ich guck, ich glaube, er hat noch gereiht. Was hast du gesagt? Boiler, nein. Nein. Was rollt halt noch runter? Das ist... Nein. Ich wechsel, ich spiel mit dir auch noch mal. Ich auch nicht. Eh nicht heute, aber morgen dann. Aber ich spiel heute. Eben, das ist das Problem, was ich dann wusste, dass es kommt. Schatz, wir spiel eh noch mal. Nein. Lass mir das versprechen. Ah, das ist vielleicht der Hälfte. Wo? 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 Unten, unten. Halt, aber unten. Seid ihr schon unten? Ah, da ist man ja. Da ist ja auch gar schön. Hälfte man vielleicht? Ja, ich schier es eh schon so. Mami zieht noch ein Ding weg. Hälfte man. Oh fuck, komm, das ist ein Boomer. Irgendwo. Oh, komm. Das ist mir da hinten egal, oder? Wo der Boomer war. Das haben wir AK. Oh nein. Bei Q. Oh fuck. Das ist da, ich hab da ja. Fuck you, ne? Ja. 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 Da müssen wir so drüber halten. Waffe wieder ganzes, gell. Was, Chocke? Ja, Mama. Ah, Hilfe, Hilfe. Okay, danke. Okay. Danke, Coach. Hey, come on. Ciao, ciao. Wohl warst du. Schütze. Warte auch, ob du bist zu verdienen. Ah, jetzt mal. Ah, bitte. Ich bin der Beschützer. Was? Ja, dann warte mal. Geschenk. So. So. Ganz oft, wir müssen. Vergellt du irgendetwas? Hä? Nein. Da sind alle hinten für die Zweite. Oder? Hä? Nein. Doch nicht. Da müssen wir rein. Das will ich. Da will ich nachher dauern. Ich bin der Krickertschlick. Ich bin der Krickertschlick. Ich bin der Krickertschlick. Oh, Frank, von hinten kommen wir. Das können wir jetzt machen. Und zwar eine Haufenreise. Was? So, die Langsame, gell? Hä? Was? Hä? Was? Was? Was ist da hinten? Wir sind da hinten. Wir sind da hinten. Wir sind da hinten. Die Fiberator ist doch ein. Hey, brauchen wir das? Ja. Ich weiß nicht, was da noch stirbt. Ich weiß nicht so, aber ja. Auf dem klaresten. Hallo, wer steckt fest? Ja. Ich bin nicht im Internet. Was? Ich bin nicht im Internet. Wir steckt fest. Ich komm schon aus der Schalke. Da ist das der Dürer ein und aus. Geht's schon oder wie? Jetzt kommen wir weiter gegen uns. Da ja? Ja ja. Geht's jetzt schon wieder? Ja, aber schon. Wo müssen wir die übernehmen? Für die. Ja, für die hast du gut gesagt. Ja, da wo ich bin. Ja, da wo du bist. Jetzt bin ich immer da wo du bist, natürlich. Natürlich. Aber... Du hast ein Bett da hinter mir, Alex. Wo? Wo? Wann? Ah, jetzt müssen wir dritten Stoff auf, genau so was. Der ist dann auf, würde ich sagen, oder? Ja. Weil es kommen nicht immer genau so viel nach. Einfach rein anzuschießen. Ja. Rein anzuschießen, das ist gut gesagt. Ja. Wenn jetzt top ist, ob es nicht top ist oder so. Nicht komisch, ist aber so. Wo ist denn der dritter Stoff wieder? Oh. Ist der dritten? Ja, wie kommen wir da rauf, ich meine. Ah, Hilfe, ist hat mir jetzt der Typ. Dankeschön. Danke. Da hinten ist der dritten Stoff. Ja, ja. So. Okay. So, wie sitzt du? Auf vorne ist er. Ja, ja. Oh, der war gut wichtig. Ja, das war nicht wichtig. Ja, der Coach geht das drauf, der. Ja, was. Was? Oh shit. Schau auf, Polk ist ja schon tot. Super. Spippie. Fuck, da wird die Wicomhunde noch. Nein, das ist ja gut. Du weißt nichts mehr auf. Oh fuck, jetzt kommt viel. Dario, lebst du noch? Ja noch. Hilf mir schnell. Wo bist du? Da da herrüben, Schocke, hinterm Michi da. Schnell, schnell, schnell. Dario. 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 Super, du sterben noch. Alex. Dario, lieg am Boden, hilf mir schnell. Dario, schnell, auf zu mir. Ich hab so, ich hab Probleme auch noch. Wir werden zurück, Dario. Schau mal, da hole ich mich. Ich schieße an, ich versuche mich zu Hause. Hilf mir geschehen, Dario. Weißt du, schnell. Dann hoffe ich michi. Achtung, hinter die Kumpel. Was hast du, wie ich hab geschießen? Nein, ich bin von der Blütenpässe, glaube ich. Von der Zunge-Typen. Was? Komm hoch. Den trifle ich nicht. Ja, wir haben ihn. Fuck, weiter. Was hast du gesagt? Das war immer. Ja, das war jetzt zum Schluss. Wir haben den Coach anladen, was wir mit Träller gemacht haben. Was haben wir? Ja, weil der nicht hindreint. Aber wir können nichts machen. Ja, wir müssen da durch, weiter. Ja, schießt es mich ab, mein Geh. Ich brauche eine gescheite Waffe. Sniper, super. Du musst in den Munizoren aber aufschauen, bis du oben bist. Dein Schusswurf ist so kacke. Sie haben die Person so gut. Einfach unendlich Munizoren. Was bringe ich? Die Coach brauche ich wieder. Ja, du bist ein bestimmter Punkt. So gut. So gut. Wer muht aus? Warte, du bist ein план. So gut. Kannst du besser machen? Du musst alles machen. Dann schenkt er nicht. Das ist der Typ. Was? Sämt, da denke ich. Echt? Du hast recht, das ist ein Witsch da irgendwo. Das ist ein Witsch. Auf einmal ist es, glaube ich. Wo? Oh, harter. Wie ist er? Da ist der Witsch. Sollen wir es aus wie ein Witsch? Nein. Wo ist die Witsch? Mitten in dem Ding stellen, du kannst es lieber sehen. Nein. Sollen wir alle davon rein schmeißen? Ich weiß, dann zählen wir es oder lassen wir es einfach. Jetzt stehen alle da. Gehen wir einfach. Gehen wir einfach. So wie immer, einfach alle hinstellen und raus. Was dauert es? Nein, wir können sich nichts tun. Lassen einfach. Auf einmal gefällt dir. Da, 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 da. Juggiii. Wo ist der Juggi? Hallo. Hallo, danke. Hört mal. Super, wer hat die Witsch jetzt aktiviert? Ich nicht. Ich hab nur erschissen gehabt. Ich glaube, sie ist hin, oder? Hingiger. 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 Dere tandem anternen. Gih. Hingiger, hör auf. Hingiger. Dankeschön. Was ist der Väter? Wo? Ich hab mich dabei. Ich hätte es interessant, dass wir da drin sein, was ich da spielen wollte. Was? Ich hätte es interessant, dass wir da drin sein, was ich da spielen wollte. Ja, was kann man? Du, der Abend ist doch jung, Mensch. Das ist 10. Was? Wie sieht der an? Alles Wissen. Wirst du? Wer war da drin? Ja. Das ist der Feld da. Wo? Genau da. Da war ich weg. Genau da. Da. Mensch, lassen wir dich rüber. Ja. Ich weiß, der Feld kommt schon mal wieder da rein, gell? Mhm. Nein, danke. Irgendwo ist ja Wahnsinnig, ja. Boah. Was der Coach? Nicht, dass er die Typen die Formen hat. Du hast. Ja, das ist so. Ich hab mich alle gar nicht gemacht. Sorry. Was für mich gab's? Dann muss ich meine, ich hier. Das ist nicht anders, offensichtlich, automatisch. Echt? Oh fuck, was ist da? Boom up, boom up, boom up.